Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Vlog. Ich bin Moses von Moses Films. Wir haben heute eine orge Mission, aber hey, es regnet schon wieder. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, ob ihr es sehen könnt. Ich dachte mir, ich mache jetzt so einen chilligen Vlog und dann fängt es an zu regnen. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ich rush jetzt los mit meinem Gimbal und ich habe hinten die neue Canon 90D drinnen und werde heute ein paar Musikvideos drehen. Das Musikvideo drehe ich mit einem Freund, von einer Freundin, von meiner Freundin und den habe ich mal bei einer Party kennengelernt. Wir sind so ins Gespräch gekommen, haben über Musik geredet, weil er sehr viel Musik macht. Er spielt Gitarre und mischt auch, hat sein eigenes Studio und über Film, weil ich Film mache. Und dann haben wir Nummern ausgetauscht, haben uns eigentlich sofort gut verstanden. Dann war das so und ja, jetzt hat er irgendwann geschrieben, ja, machen wir ein Musikvideo. Da hatte ich gerade Matura und dann war das stressig mit der Matura und dann haben wir da hin und her geschrieben und das hat ewig nicht geklappt. Und heute ist der Tag, an dem wir endlich das Musikvideo drehen beziehungsweise mehrere Musikvideos drehen. So, also ich würde sagen, ladies and gentlemen, let's fetsen. Also ich weiß nämlich, wie das heute wird, wie viele Tracks wir aufnehmen, theoretisch haben wir drei, aber ich kann euch ja noch nicht mal spoilern, weil ich selber gar keinen Plan. Schauen wir das an und ja, viel Spaß mit dem Vlog. So, ich habe gedacht, wenn man da jetzt eine halbe Stunde fährt, oder sind wir aufs Land, dann kannst du vielleicht aufzuregnen. Haha, nix da. Na gut, schauen wir mal, ob ich ihn finde. Ich habe meinen Adresse, aber ich weiß nicht mal, ob ich hier stehen darf. Wir sind jetzt im Studio von David. Wir haben ja alles mitnehmbar. Lieber nicht. Ah, ja. So, wir sind jetzt schon fertig mit dem Dreh. Ich habe drin nicht besonders viel mitgefilmt, weil ich mich darauf konzentriert habe, das tatsächliche Geschehen zu drehen, anstatt meinen Vlog zu drehen. Und ja, wir haben drei Musikvideos gedreht mit der Canon 90D. Lief super. Bin beeindruckt von der Kamera. Alles tiptop. Keine Complaints. Jetzt gerade erst, dass man so die Tropfen von der Fensterscheibe, wo crazy man im Gesicht sieht. So, nach Hause geschafft. Es ist ja schon ein neuer Tag. Ich habe schon die ganzen Videos geschnitten. By the way, wenn ihr die kompletten Musikvideos sehen wollt, dann ist der erste Link in der Beschreibung geht zum Musikvideo von David. Da seht ihr auch seinen Kanal. Ihr könnt ihn abonnieren und euch weitere Videos auf seinem Kanal anschauen, die wir zusammen gedreht haben. Also, wenn ihr Lust darauf habt, schaut mal beim ersten Link in der Beschreibung vorbei, dann kommt ihr direkt zum Video. Beim Schneiden von dem Video habe ich irgendwie richtig Lust bekommen, da irgendwie selber was draus zu machen, weil mir dieses Feeling Good Cover von ihm wirklich, wirklich gut gefallen hat. Deswegen dachte ich mir, ich gehe einfach mal runter. Ich habe nicht wirklich viel Zeit, weil ich eigentlich lernen muss. Aber ich dachte, ich gehe einfach mal kurz runter, setze mich ans Schlagzeug und spiele ein bisschen was dazu, einfach so zum Spaß. Mir ist jetzt gerade auch aufgefallen, ich habe eigentlich gar kein Mikrofon hier, außer das von der Kamerung. Das ist halt nicht so gut. Das heißt, ihr bekommt jetzt die Shars Audio Qualität mit garantierten Taktfilern. Viel Spaß. Das ist halt nicht so gut. So, das war Moses Film, haut sein Zeug. Ich hatte auch was anderes an. Ist es euch aufgefallen? Wahrscheinlich nicht. Es würde mich jetzt auf jeden Fall freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, die Glocke drückt, damit ihr keine zukünftigen epischen Videos wie dieses hier verpasst. Und schaut auch gerne bei David vorbei. Und hier könnt ihr euch noch zwei weitere Videos von mir anschauen. Hier, da irgendwo meinen Kanal abonnieren, würde mich mega freuen. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Vlog.